Jürgen von Leafy Come on, nein! Ist der jetzt echt abgehauen? Wer? Curry? Ist der abgehauen? Vielleicht? Willst du ein Cakes brengen? Ähm, ich hab Schokolade von Milka Ah! Ist die schweizerisch? Nee, das ist schweizerisch Ey, der Jagdpast sieht auch geil aus Hast du eigentlich einen drehbaren Turm? Wie? Hast du einen drehbaren Turm bei dir? Nee, nur eingeschränkt drehbar Komm, wir gehen da lang Muss mein ganzer Panzer drehen Ja, ich auch Ein bisschen kann er sich drehen, aber nicht wie... Oh, die... Jetzt... Meine Hydron-Rote Drache geht schon wieder aus Ich hab davon noch was viel Ich hab davon noch 26 im Liebensraum Ich hab davon noch 26 im Liebensraum Ich brauch mal extra, weil ich im Kirby eifersüchtig bin Das ist... hä? Daran machst du nichts eifersüchtig? Daran machst du Dummheit Hey, wie kann man das MG feuern? Ich hab keine Ahnung Muss ich nachher kurz schauen Wo bist du, Fenty? Ich bin im Busch Ich bin im Busch Oh, ich sehe dich Der Curry sagt, ich bin im Busch und steht im Baum Hä? Ich weinde an dich von oben in dem Dingstall Mit? Yes! Ja, warte ich... What? Der hat Gold Muni Aua Okay, komm Ich hab grad ein Gegner... Und zurück zum Hafen Und zurück zum Hafen Jetzt als Hüsen Yang als Gegner Der grade... Na, ähm... Missouri von mir vernichtet wurde Hm... Oh Wir haben das T1er-Gefecht gewonnen, Shader Ja, ich hab den runtergebrannt wie sonst was Habe ich meinen Könningenhelm durch? Entfiehlst du den Jagdpanzer? Jagdpanzer? Nicht du, Köööööööööööööööö Schader Ist ja echt geil eigentlich Oder ist der normale Panzer besser? Nee, normale ist geil aber Die Jagdpanzer sind schon auch geil ja ich glaube ich mache Jagdpanzer mit dem auch immer geile Runden wie ich das war für du kein Jäger wie überforsche ich die eigentlich indem du in Techbaum gehst ja ich sehe es gerade ist das kompliziert hier ich habe jetzt mit dem 2er Army gut ich habe jetzt ein Jagdpanzer nein ich habe keinen Platz mehr was ja bis voll wir auch ich habe mal den T1er Army verkauf ich den Army und den Leichttraktor den behalte ich mal aber den Vickers Medium den Briten da kauf ich auch so was für Bettenbrau Alter ist das hier kompliziert naja die Betten sind einfach nur die Kapitänsplätze für Panzer ja ähm den kann ich verlassen du siehst russisch aus weg mit dir wo soll ich auf welchen Panzer die sind da steht da da steht da so bist du bereit nicht Leichttraktor du schwule Furze Medium Tank Alter ja ich will gerade entlassen packen Viecher du musst einfach entlassen ja ja ich muss immer eine Zahl eingehen ja du musst die Zahl die dahinter ja hast du es ja ich nehme jetzt kauf mir jetzt den Jagdpanzer ich habe doch gerade ein paar ey was will das neun gefechte ich habe gerade zwei neun gefechte ich habe immer noch keinen Platz was ist denn hier los ich habe meiste abschüsse meiste abschüsse in einem gefecht drei das war mit meinem schwedischen Medium ich nehme jetzt mal ein Premium Panzer nee das war mit meinem schwedischen einer T1 Nuno ich muss mal schauen ich muss gleich mal Panzer verkaufen oh ich mag diese Position schon wieder kann man sich beschließen bei 61 Tage Gremium nein von Ross mhm oh nice ja man hat gerecht Flieger ich fahr da wieder rüber zum Leuchtturm ne ja findest du mal einen Panzerschäler naja schwedisch schwul schwedisch was hast du Nami der hat ja gar keine Schaufel hinten ja dafür zwei Türen ja und zwei Scheinwerfer ja siehst aus wie so ein Missgeburtenhauter ich glaube jetzt das war das Ende von Phantom Handbremse in der Taste ja dann kann man driften juhu juhu Leuchtturm Shader Leuchtturm Shader ok kommst du mit ah du bist schon da ja Yamato brenne aber die Gegner fahren alle andere Richtung wie es aussieht oder nein nicht Wurst nein ich wurs nein ich wurs ich wurs nein du da ist ein Gegner Ah, ich ertrinke? Naja, Kills machen einfach nix. Oh, fuck, 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 fuck. Die's machen nur, dass man gewinnt. Ich hab 31 Schaden gemacht. Von schwedischen Dienstag. Oh Mann. Wo war der Marauder? Hä? Aua, ich verstecke mich mal im Bär. Hat mir nix gebracht. Aua. Siehst du? Oh Mann. Zurück zum Hafen. Ab zum Hafen. Juhu. Wir sind viel zu verrückt. Ach echt? Curry, keine. Du hast keine Erlaubnis zu entsprechen. Curry und Outworlder Tanks oder? Ich nix für Tanks. Gerade. Nö. Ah, ich kann auch direkt verlassen. Okay, probier ich nochmal den schwedischen Zweierjagd. Warte. Ja, ich hol mir den jetzt auch. Langsam verstehe ich das Spiel. Zu 0,1%. Ich noch, wenn ich gewinnen muss und ich BB zerstöre. Du nix machen. Du. Flöten spielen. Nein. Doch. Nein. Echt nix machen derweilen mit Flöte. Ähm, Munition. Lohnt sich der HI mitzunehmen? Mach doch einfach. Hey, wir brauchen noch einen DSBB-Clan hier. Ja. Clan, 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 Clan. Warte mal, hier kann ich... Kann man hier einen machen? Persönliche Reserven? Ja, du musst aber in den Wehrpass, glaub ich, aufsteigen. Ich schau mal. Mit dir als Duke of York. In Domination. Hofnachbarn. Was ist denn fest, du? Ich hab keine Ahnung. Nicht nur im einzigen Schlacht. Ach, der ist mit den Clan-Gefechten. Also ich kann nur Clan-Suche machen, aber keinen Clan erstellen. Mal schauen, welche Stufe bin ich auf meinen Werpaß? Steht das hier irgendwo? Ähm, Curry? Also mich kann man auch nicht schlecht nennen, ne? Ich hab hier immerhin ne Krake gemacht im Spiel. Es gibt Kraken? Ja, wenn es wass wär, hätt ich immerhin ne Krake. Maximum in acht gefecht zerstörte Fahrzeuge sechs. Ich entlasse gerade meine fast gesamten Besatzungsleute. Alle schwulen schwedischen... Irgendwas zwitser... Der Wojtek. Oh, ein scheiß Japaner. Was will ich mit so einem Aschloch? Das sieht aus wie Yamamoku. Ja, vielleicht ist das auch. Oh, ne, 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 den Schweden entlasse ich. Ich hab nen weiblichen Käpt'n. Wie kann ich nen Plan machen? Vielleicht erst, wenn wir eng ne bestimmte Stufe haben? Ich schau mal im Internet kurz, ne? Ich bin gerade am Schauen. Ja, ich bin ja oft in der Premium-Shop-Seite. Wie weit auch Warschüsse mit meinem Handyspender? Wargaming.net? Ich bin nicht schlicht. Ich bin doch... ...und... Ich bin nicht schlicht, ich bin doch.